Hallo liebe Läuferinnen! Wie gewünscht präsentiere ich euch jetzt den Adidas Response Cushion 21. Seit schon mehr als 20 Jahren entwickelt Adidas das Erfolgsmodell Response akribisch weiter und der Arounder begeistert viele Läuferinnen vor allem wegen des tollen Preis-Leistungs-Verhältnisses. Kleine Veränderungen finden sich im Obermaterial wieder. So ist der Schaft leichter und flacher geworden, somit wird der Tragekomfort und auch die Passform erheblich verbessert. Das Adipren im Fersen und das Adipren Plus im Vorfußbereich garantieren eine optimale Dämpfung. Das Adipren absorbiert die Aufprallkräfte und leitet zusammen mit dem Formotion-System den Abrollvorgang ganz sanft ein. Und das Adipren Plus gibt beim Abdruck die Energie und die Vorschubkraft an den Läufer weiter. Die Torsionskontrolle, die den Vorfuß mit dem Fersenbereich verbindet, ist noch etwas kleiner geworden, was aber den flüssigen und harmonischen Abrollvorgang nicht beeinträchtigt. Für alle leichten bis mittelschweren Neutralläuferinnen oder solche, die etwas mehr über die Außenkante abrollen, ist der Adidas Response Cushion 21 ein geeigneter Laufschuh. Du bekommst ihn in deiner Runners Point Filiale oder kannst ihn gleich online bestellen unter www.runnerspoint.com